hallo guten tag ihr lieben da draußen mein name ist ist das könig bekannt als in der chance der abendeur aus wittsburg der youtube aus wittsburg genau ich bin ein abenteurer bin gerne unterwegs und macht gerne videos und fotos und lade sie hoch auf meinem youtube kanal youtube channel der namen der laute davon in der chance auf der suche nach neuen abenteilen bin immer wochen unterwegs meine freizeit auf der suche nach neuen abenteilen schauen wir an ukrain ruinen losblässt plasenorte sehenswürdigkeiten unterdrehorten ins kino disco autotreffen treffen messen technikmuseum museum und so weiter und so fort mich interessiert alles aber wenn da bestimmte themen sehen wollt dafür habe ich externe blaze gemacht da ist aufgeräumt da steht das thema und da kommen die videos wie lust lust badeorte besucht thermen sauna schwimmbad sehen mehr und alles mache ich alles nur aus hobby in der freizeit damit für die geld haben wir nie vorgehabt einfach guter ausgleich der arbeitwelt am wochenende bin gerne mit meinen freunden unterwegs habe genug fans familie freunde und ich genieße es jeden tag ich liebe es so ob es der letzte dach wäre sondern auch so leben das ist meine welt meine welt und ihr könnt euch erreichen auf instagram und mein instagram name lautet jana schon starbenderer und mein tiktok name lautet jesus starbenderer 13 da könnt ihr mich erreichen wenn ihr unterwegs sein wollt betreffen wollt ich treffe meine fans freunde alles ich gehe unterwegs mit denen erkunde die welt alles am wochenende oder meine freizeit ja ähm ja und so weiter und so fort wir schauen bald wie wir kommen seit sommer 2018 finde ich auf youtube und so weiter es ist eine schöne plattform youtube ist einfach cool man kann einfach seine videos hochladen cool so was haben wir noch zu achten nur noch danke fürs zuschauen abonniert meinen kanal lasst ein abo da schafft ein blännis nach aktiviert die glocke teilt das video euren freunden und den kanal auch zeigte eure freunden kumpels und so weiter und so fort und auf wiedersehen wünsche auch einen schönen tag euer justus könig der youtuber aus wittsburg oder justus der abendörer der tuto aus wittsburg so meine abendörer sind wie aus dem bücher film serien fünf freunde oder dreifache zeichen ja so ist das leben immer unterwegs mit freunden das ist immer hocke ich auf der lauer auf ein neues abenteuer kann kann ich so warten bis neues abenteuer da ist das haus rumzocken langweilen geht es nicht unterwegs sein mal prutschen ob terme spaßbad autotreffen abenteuer egal wo ist immer irgendwo da wo ein abenteuer ist bin ich dabei ich habe keine angst klappt mit mir klappt näher so ist das kein berg ist so kein see so tief gar eine höhle dunkel zu dunkel da bin ich und die freundliche schweiz will ich gern wenn die haben genug höhlen mal gründen können schöne öffentlichen höhlen und so weiter und new york ist eine wunderschöne stadt freier stadt hohe coole stadt mir am jahr ist was ähnliches heißt dann frankfurt am main mit noch mainhattan mainhattan nicht mainhattan zu mainhattan das ist nicht wie new york in deutschland also wenn ihr mit mir unterwegs sein wollt einfach mich melden bei mir tiktok youtube und instagram ich liebe alle meine fans und freunde sind alle cool griff gerne mit denen und so weiter was soll man noch sagen vielleicht bin ich irgendwann im kino wobei es im fernsehen keine ahnung mal sehen was die zukunft uns bringt ich weiß es nicht wisst ihr es ich keine ahnung aber ich mache weiter ich gebe niemals auf über weitermachen wo ein wille ist am weg schau mal wie weit wir kommen das ist einfach mein hobby ich bin gerne unterwegs film gerne kameras liebe ich und ein filmer oder youtuber ohne kamera film ist kein youtuber das wird sich langweilig also mach doch lieber weiter das ist ein hobby das ist einfach mein hobby mein hobby mein hobby mein hobby und das mache ich weiter bis ich es nun mal kann und dann das interview jetzt beenden und sage euch allen danke fürs zuschauen dann werden wir jetzt das interview beenden und sage danke fürs einschalten fürs zuschauen werden es bald wieder liebe zuschauerinnen bleiben sie einfach gespannt es kommt wieder ein neues abenteuer spätestens unterwegs wenn nichts kommt war ich lieber krank aber sonst kommt immer was durch zeit habe weil ich was machen hochladen und so weiter alles mache ich mit dem handy und mit der gopro aber das handy tut es bearbeiten und hochladen die gopro tut es aber ab und zu mal filmen gut öfters benutzt wird sie als handy zum lasten ähm ja bleiben schuld passt auf sich auf wir sind jung deswegen sind wir wild so lange wir wild sind geht es uns gut alles easy dc turbo wurst bis der tipp entscheidet sagt kit neigt weiter von der ganz m v8 takra baujahr 82 einfach das leben genießen so soll man das machen und immer für die freunde da sein freunde ist das wichtigste leben das man hat das gibt's wahre freunde sind überall da und die freundschaft ist eine macht die kann man nicht so leicht besiegen überall gibt's freunde wie eine bücher für freunde wie die drei fragezeichen bücher freundschaft ist besser das gibt's freunde braucht man ohne freunde ist man nix das ist over and out game over ciao viele grüße hier aus würzburg das ist mein neugrund das ist mein land unter franken franken feiern deutschland europa welt universum jo aber ich bin nicht bis universum so ja und so weiter ich werde mal nix zu eins zu sagt ähm ja wir haben einfach das interview also ciao goodbye to you Ende der aufnahme ciao bye bye hallo und herzlich willkommen manische frei für die fünf freunde das erste mal ohne elfen unterwegs genial die fünf freunde sind zurück die fünf freunde sind immer noch die besten freunde mit mitte 20 leben sie zusammen in einer wg und meistern die abenteuer des tückischen alltags tja ich wusste gar nicht dass ihr gerne wandert die fünf freunde julian dick m george und timmy begeben sich mit einer geheimnisvollen wandergruppe ein großartiges abenteuer das vor fünfundsechzig millionen jahren begann fünf freunde das sind wir wir sind fünf freunde fünf freunde fünf freunde das sind wir wir sind die drei fragezeichen darf ich ihnen unsere karte überreichen du weißt du Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020